Die Teleclub-Serien-Highlights im Mai. Tschernobyl 1986, als die ganze Welt den Atem anhielt. Tschernobyl, Staffel 1. Eine düstere Zukunft. Der Klimawandel hat im Jahr 2074 dazu geführt, dass Menschen leiden und einflussreiche Firmen an die Macht kommen. Incorporated, Staffel 1. Rupert Everett und John Tutoro in der brandneuen Serien-Adaption von Uberto Eccos weltberühmten Bestsellers Der Name der Rose, Staffel 1. Wüktend über die Wahrheit bezüglich des Mordes seiner Mutter verliert Harry das Vertrauen in das Rechtssystem. Bosch, Staffel 3. Ein ehemaliger Auftragskiller versucht sich neu als Prediger im Auftrag Gottes. Preacher, Staffel 1. Die Schauspiel-Großmeister Damien Lewis und Paul Giamatti erneut im Spiel um Macht und Milliarden. Billions, Staffel 4. Weitere Serien-Hits als ganze Staffeln stehen dir mit Teleclub Now im Serienpaket auf Abruf zur Verfügung. Ohne Kostenfolge im Serienpaket. Nur auf Swisscom TV. Billions, Staffel 4. Billions, Staffel 4. Billions, Staffel 4. Billions, Staffel 5. Billions, Staffel 5. Billions, Staffel 5. Billions, Staffel 5.